Mein Name ist Aboudi und heute erzähle ich euch meine Geschichte. Wir sind in einem Ghetto groß geworden. Wir sind in einem Ghetto groß geworden. Wir hatten damals nicht die Möglichkeit, ein Familienhaus, Garage, Garten. Ging nicht. Hat nicht funktioniert. Wir sind damals nach Deutschland gekommen. Meine Eltern waren erstmal in einem Heim und vom Heim direkt ins Ghetto. Wir haben da eine Wohnung gekriegt und seitdem wir aus dem Heim raus sind, leben wir auch da. Ich sag euch ehrlich, in solchen Ghettos aufzuwachsen als Kind macht es Spaß. Für ein Kind macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß. Du gehst aus der Haustür raus und alle deine Freunde sind da. Du brauchst weder jemanden anrufen, noch brauchst du irgendjemanden zu schreiben und noch brauchst du bei irgendjemanden zu klingeln. Du gehst vor die Tür und alle Cousins und Cousinen sind da. Wir haben unseren eigenen Fußballplatz. Es ist jetzt kein Hightech-Fußballplatz. Ihr könnt euch das so vorstellen. Drumherum überall Gitter. Tore. 08-15 Tore. Da können auch keine 21, 22 Leute drauf spielen. 4 gegen 4 maximal. Und die anderen Brays warten, bis sie dran sind oder gucken zu. Oft gab es auch da so Schlägereien, Rangeleien, Beleidigungen. Das Übliche. Aber man hat sich geboxt. Und nächsten Tag hat man sich wieder vertragen. Weil man kommt aus einem Ghetto und man muss, ob man will oder nicht, miteinander klarkommen. Was auch so auf jeden Fall No-Gos waren, dass man die Schwester von irgendeinem anguckt. Das ging gar nicht. Auch wenn irgendwelche anderen Brays von anderen Städten mal zu Besuch zu uns kamen, zur Verwandtschaft und eine gesehen haben, die denen gefallen hat, haben wir gesagt, das geht hier nicht, Bruder. Hör auf damit. Hier wird jede Frau wie eine Schwester gesehen. So was machen wir hier nicht. Das ist ein Gesetz. Das war eine Sache, auf die ich wirklich sehr, sehr stolz war. Ihr könnt euch auch natürlich denken, dass unsere Väter nie so richtig zufrieden mit uns waren. Wir waren Jungs von der Straße. Wir sind wild. Wir sind hungrig. Wir wollen Geld. Wir wollen alles einfach an uns reißen. Wir haben auch früh angefangen zu verticken. Mit 13, 14 haben wir im Ghetto angefangen zu verkaufen. Wir haben so ein bisschen Taschengeld gemacht. Wenn jemand versucht hat, in unserem Bereich was zu verkaufen, wir haben ihn zerstört. Wir sind mit allem Mann auf ihn raufgegangen. Ja, nee. Im Ghetto X ist unser Ghetto. Es ist unseres. Du kannst hier nichts machen ohne unsere Erlaubnis, so nach dem Motto. Das Schlimme ist, heute als erwachsener Mann, wenn ich so darüber nachdenke, wie wir uns verhalten haben, mit 13, mit 13, das ist schon wirklich traurig, heftig. Und jetzt, wo ich auch selber Kinder habe, denke ich mir, unter was für Umständen sind wir groß geworden. Denke ich mir heute. Aber damals, wir waren, ich bin heute auch noch sehr, sehr stolz darauf mit meinen Freunden damals. Ich bereue das natürlich nicht. Es hat Spaß gemacht. Wir haben zusammengehalten. Wir waren Jungs von der Straße, wie gesagt. Wir sind hungrig. Wir wollen Geld. Und keiner kann uns aufhalten. Der eine oder andere hat natürlich mal Schläge gekriegt von seinem Vater. Der eine Vater war ein bisschen lockerer drauf. Der andere Vater war ein bisschen strenger drauf. Der eine hat ein bisschen mehr Scheiße gebaut als der andere. Der kam mal mit einer gebrochenen Nase nach Hause. Der kam mit einem gebrochenen Arm nach Hause. Der hatte dies, der hatte das. Jeden Tag war Polizei bei uns im Ghetto. Jeden Tag. Wir waren in einem richtigen Problemviertel. Eines Tages, da ist ein Junge, der ist im selben Alter wie mein Bruder. Ich habe zwei Brüder. Der eine ist 10, der andere ist 18 und ich bin 22 zu dem Zeitpunkt. Ich bin zu Hause, ich bin am Chillen. Ich habe gar keinen Bock rauszugehen. Es ist übertrieben heiß. 37, 38 Grad. Es ist richtig stickig. Ich habe gar keinen Bock rauszugehen. Ich sitze vorm Fernseher. Meine Mutter hat Balkontür aufgemacht. Mein Vater ist auf dem Balkon, raucht seine Zigarette, beobachtet das ganze Geschehen. Auf einmal klingelt es an der Tür. Mein kleiner Bruder kommt rein. Der 10-Jährige. Er ist am Wein. Was ist los? Sagt mein Vater zu ihm. Er sagt, ein Junge hat mich geschlagen auf den Spielplatz. Wer? Sein Name, hin und her. Er sagt, der aus meiner Klasse. Mein Vater dachte erst mal, das wäre so ein älterer. Aber, deswegen hat er mir nicht Bescheid gesagt. Er hat meinen kleinen Bruder Bescheid gesagt. Yusuf. Er sagt, Yusuf, geh mal bitte runter. Rede mit seinem Vater oder so. Oder rede mal mit dem Jungen. Die sollen sich nicht schlagen. Gehört sich nicht. Wir leben hier alle auf engstem Raum zusammen. Geh das mal klären. Wie gesagt, ich sitze vorm Fernseher und denke mir, kleine Kinder, Jani, was willst du da sagen? Was willst du da machen? Soll ich jetzt runtergehen und diesen kleinen Jungen klatschen? Er ist 10 Jahre alt. Ich bin 22. Das geht nicht. Wenn ich jemanden klatsche, klatsche ich seinen Vater. Aber sein Vater war ja nicht da. Und sein Vater hat auch nichts gesagt. Deswegen ist mein kleiner Bruder gegangen. Ab da habe ich nichts mehr gehört. Ab da habe ich wirklich gar nichts mehr gehört. Ich bin am Fernsehen. Meine Mutter ist in der Küche am Abwaschen. Mein Vater sitzt immer noch auf dem Balkon. So 10 Minuten, 15 Minuten vergehen. 10, 15 Minuten vergehen. Und ich wünschte, es hätte niemals geklingelt. Bis heute wünsche ich es mir. Es klingelt. Meine Mutter macht die Tür auf. Meine Mutter sagt laut, was ist los? Und ich höre nur noch so eine Stimme. Können wir bitte reinkommen? Ich gucke so Richtung Flur. Zwei Polizisten kommen rein. Ich sage zu meinem Vater, Baba, komm her, Polizei ist hier. Mein Vater kommt rein. Er sagt, was ist los? Die zwei Polizisten sagen, setzen Sie sich bitte hin. Und ich höre nur noch von draußen Sirenen, Geschreie und alles mögliche. Meine Mutter setzt sich hin. Mein Vater setzt sich hin. Und dann sagt eine Polizist, es tut mir leid, das Ihnen sagen zu müssen, aber Ihr Sohn ist gerade verstorben. Und meine Mutter fängt an zu schreien. Meine Mutter ist am Durchdrehen. Mein Vater will runterrennen. Der Polizist hält ihn auf. Was ist passiert? Die Polizisten sind mit meinen Eltern beschäftigt. Ich renne runter. Barfuß. Ich habe meine Schuhe und so nicht angezogen. Keine, nichts. Ich renne runter. Ich laufe Richtung dieses Geschreie von draußen. Und ich sehe nur noch, das ganze Ghetto ist bei diesem Spielplatz. Bis ich da durchgekommen bin. Diese schaulustigen Menschen, das werde ich bis heute nicht verstehen. Ich sage zu denen, ich bin der Bruder, lasst mich mal hier durch. Ich gehe dahin, ich sehe nur noch, jemand liegt auf dem Boden. Unser weißer Laken ist einfach auf ihn drauf. Ich gucke links, rechts. Ich sehe meine Freunde. Ich sage, was ist hier passiert, Mann? Die sagen, Bruder, dein jüngster Bruder hat sich gerade hier mit jemandem gestritten. Dein Bruder ist runtergekommen. Redet mit dem Jungen. Der Vater von dem Jungen kommt. Dein Bruder unterhält sich mit dem Vater. Der Typ klatscht deinem Bruder eine. Und dein Bruder gibt ihm eine Faust. Der Typ ist hingefallen. Ich so, eh und dann? Ich bin voll am weinen. Ich bin voll am durchdrehen. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich sage, was ist dann passiert? Sein Bruder, der Typ lag noch hier auf Boden. Ist aufgestanden. Und er wusste, er hat keine Chance gegen den Bruder. Er zieht ein Messer und hat einmal zugestochen und wieder raus. Direkt in sein Herz. Jede Hilfe kam für ihn zu spät. Ich bin in Richtung seine Leiche gerannt. Die Polizei hat mich aufgehalten, hat mich festgehalten. Ich habe gesagt, ich muss jetzt zu meinem Bruder. Ich habe ihm gesagt, es geht nicht. Wir können dich hier nicht. Wir können dich leider nicht durchlassen. Das war der schlimmste Tag in meinem ganzen Leben. Ich werde diesen Tag niemals in meinem Leben vergessen. Niemals. Ich habe die Jungs gefragt, wo ist dieser dreckige Hund? Wo ist er? Die Polizei hat ihn mitgenommen. Auf einmal höre ich aus dem... Von der Seite. Er hat das verdient, dieser Hund. Ich drehe mich so, was? Wer hat das verdient? Das war der Sohn von dem Mann, der meinen Bruder abgestochen hat. Ich habe zu ihm gesagt, wenn ich deine Mutter nicht... Bin ich nicht der Sohn von meinem Vater. Warte einfach ab. Polizei hat uns auseinandergehalten. Es kam zu einer kurzen, ganz kurzen Massenschlägerei. Meine Jungs gegen die. Die gegen uns. Dann kam hier welche. Dann kam da welche. Es war Terror sein Vater. Aber nur ganz kurz, eine Minute. Polizei kam, Einsatzkräfte kam, der kam, dies kam. Es war wie in einem Film. Wie in einem Film. Ich bin im Ghetto groß geworden, ja. Ich weiß, dass es da manchmal ziemlich krass abgeht. Aber das, was an diesem Tag passiert ist, ist noch nie passiert bei uns. Noch nie. Und das krasseste ist, dass es ausgerechnet uns trifft. Hätte ich auch in meinem Leben, in meinem ganzen Leben nicht gedacht. Leichenwagen kommt. Ich nehme meinen Bruder mit. Ich gehe nach oben. Ich versuche mit meiner Mutter zu reden. Meine Mutter ist gar nicht mehr ansprechbar. Mein Vater ist am Durchdrehen. Mein Vater zieht mich ins Zimmer und sagt, hör mir zu. Du oder ich. Du oder ich. Einer von uns beiden wird das erledigen. Hast du mich verstanden? Ich habe zu ihm gesagt, du machst gar nichts. Ich mache das. Ich werde das machen. Polizei. Irgendwann geht Polizei. Irgendwann geht der. Irgendwann geht der. Meine Freunde, komm. Es ist 22 Uhr, 23 Uhr. Die klingeln bei mir an der Tür. Die sagen, Bruder, komm. Lass uns ein bisschen an die frische Luft. Wir sitzen draußen. Die gucken mich an. Reden nicht. Ich rede nicht. Ich sitze draußen vor der Tür. Im tiefsten Ghetto überhaupt. Überall Hochhäuser. Ich sitze da. Beide meine Arme so auf meinen Knien. Ich rauche meine Zigarette. Ich denke nach und bete und bete und bete, dass es einfach nur ein Albtraum ist. Aber es ist kein Traum. Ich werde einfach nicht wach. Die ersten Verwandten kommen, wünschen uns ihr Beileid. Bieten uns ihre Unterstützung an. Und ich bin am Kochen. Ich bin richtig am Kochen. Dieser kleine Peach sagt einfach, dieser Hund hat sich das verdient. Diese Worte, bis heute sind sie in meinen Ohren. Bis heute fühlt es sich so an, als hätte er es gerade eben gesagt. Und ich denke mir so, er liegt doch da schon tot. Ihr habt doch schon mein Leben zerstört. Und jetzt sagst du noch so etwas. Egal was passiert. Auch wenn mein anderer Bruder dafür sterben muss, der Zehnjährige. Ich schwöre es dir, du wirst dafür bezahlen. Es gibt kein Wenn und Aber. Gibt es nicht. Es kam dann zur Trauerfeier ein paar Tage später. Der Leichter wurde auch recht schnell freigegeben. Es kam zur Trauerfeier. Sein Sarg. Ist genau vor mir. Alle drumherum. Die Zeremonie lief auf jeden Fall. Und dann ging es los zum Friedhof. Wir tragen seinen Sarg. Und ich bin ganz vorne auf der linken Seite. Ich trage seinen Sarg. Er ist hier oben drauf. Ich trage, ich trage, ich trage. Wir haben extra ein bisschen weiter weggepackt, weil wir ihn lange auf unseren Schultern tragen wollten. Dann sagt einer zu mir, lass mich übernehmen. Ist schwer. Ich habe gesagt, er ist nicht schwer. Er ist mein Bruder. Er hat sofort verstanden, was ich ihm damit sagen wollte. Er ist nicht schwer. Er ist mein Bruder. Wir haben ihn da angetragen. Wir haben ihn beerdigt. Und diese ganzen Filme. Ich bin für dich da. Und wenn was ist, melde dich. Und keine Ahnung was. Palabra. Komplett Palabra. Wirklich komplett Palabra. Was Verwandtschaft hier. Was für Cousin da. Was für hier. Was für da. Alles Palabra. Die einzigen Jungs, die für mich da waren, waren die Jungs, mit denen ich aufgewachsen bin im Ghetto. Ich schwöre es euch. Wir sind vom Friedhof weggegangen. Ich bin zu Hause angekommen. Meine Freunde sind zu mir gekommen und haben gesagt, was sollen wir machen? Sag uns, was wir für dich machen sollen. Ich habe gesagt, erst mal, erst mal nichts. Wartet erst mal ab. Die haben gesagt, geh erst mal hoch. Du hast noch ein bisschen Besuch zu Hause, Bruder. Lass diesen Besuch weggehen. Wir sind hier, Bruder. Wir sind hier. Komm einfach runter. Wir sind hier. Wir gehen hier nicht weg. Ist okay. Ich gehe hoch. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden vergehen. Die letzten Besucher sind weggegangen. Ich habe mir gedacht, die Jungs sind sowieso weggegangen. Jetzt erst mal, ich rufe die gleich an. Ich will runter zum Kiosk laufen. Wir haben in unserem kleinen Ghetto haben wir auch ein Kiosk. Ich gehe da hin. Ich will da gerade hingehen. Meine Brüder stehen immer noch vor der Tür. Die sagen, Bruder, alles okay. Gibt es irgendwas, was wir jetzt für dich tun können, um irgendwie deinen Schmerz zu lindern? Gibt es irgendwas? Rede mit uns. Alle auf einmal. Vier, fünf Brüder von mir. Ich habe gesagt, gib mir alle eure Handys her. Alle geben mir Handys. Ich gebe dir einen von denen. Ich habe gesagt, bring die weg. Bring die mal zum Kiosk. Zu Hussein. Bring die zu Hussein. Bring mir eine Malboro Gold mit und komm mit. Er geht los. Er bunkert die Handys alle bei ihm. Er nimmt meine Schachtel mit. Ich sage, komm, wir gehen auf den Sportplatz. Wir gehen auf den Sportplatz. Einer sagt, Bruder, warum Handys? Ich habe gesagt, vielleicht hören die uns auch so ab. Ganz einfach. Ich habe gesagt, guck mal, hört mal zu. Ich werde niemanden von euch mit in diese Scheiße reinziehen. Niemanden von euch. Aber ich werde Rache nehmen, Bruder. Ich werde Rache für meinen kleinen Bruder nehmen. Das ist nicht einfach so passiert. Ob dieser Bastardsohn im Knast ist, interessiert mich nicht. Aber was sein Sohn da gesagt hat, Bruder, mein Bruder liegt da tot. Und er sagt, dieser Hund hat sich das verdient. Das werde ich in meinem Leben. Wird das aus diesem Kopf hier nicht mehr rausgehen, Bruder. Das wird nicht rausgehen. Ich habe gesagt, ich werde euch da nicht mit reinziehen. Einer von denen sagt, du bist unser Bruder. Wir sind an deiner Seite. Sag und wir, Bruder, sag, wir packen uns ein von denen. Scheiß drauf. Für mich war das eine sehr, sehr schwierige Situation. Eine sehr schwierige Situation. Ich weiß, wenn ich irgendwas ohne diese Jungs mache, die werden sauer auf mich sein. Ich weiß, wenn ich was mit denen mache, ich ziehe die da mit rein. Zwei Wochen vergehen. Ich kriege einen Anruf. Ich gehe ran, hallo. Er sagt, hallo, wie geht's dir? Ich sage, gut, danke, wie geht's dir? Er sagt, mir geht's auch gut. Er sagt, ich bin der Onkel von demjenigen, der zugestochen hat. Ich habe zu ihm gesagt, du kleiner Benamus, mit welchem Gesicht rufst du mich an? Mit welchem Gesicht rufst du mich an? Er sagt zu mir, bitte beruhig dich. Ich rufe dich nicht an, um dir zu sagen, bitte mach keinen Scheiß oder bitte verzeihe uns oder sonstiges. Ich weiß ganz genau, ihr werdet das nicht auf euch sitzen lassen. Ich weiß ganz genau, wie diese Familie ist, die das getan hat. Ich möchte dir nur eine Sache sagen. Wir haben damit nichts zu tun. Wir haben damit nichts zu tun. Wir haben kein Problem mit euch. Wir wollen auch keine Probleme mit euch. Ich weiß, dass das Hunde sind, die das getan haben. Es sind zwar meine Verwandten, aber wir haben damit nichts zu tun. Ob ihr euch gegenseitig die Köpfe einschlägt, ob ihr euch gegenseitig umbringt, egal was ihr macht. Vor uns brauchst du dich nicht zu fürchten. Wir haben damit nichts zu tun. Alles klar. Danke. Danke für deinen Anruf. Wieder ein paar Tage vergehen. Ich trommel meine Jungs zusammen. Ich gucke die an. Ich sage zu denen, Bruder, warten, mal warten. Das muss nicht sein. Dieser Peach, der zugestochen hat, der wird sowieso Totschlag kriegen. Acht, neun Jahre, zehn Jahre. Kommt nach ein paar Jahren raus. Macht einen auf Psyche, macht einen auf Therapie, was weiß ich. So wie mein Vater und meine Mutter geweint haben, verzweifelt waren, deren Herz bei lebendigem Leibe herausgerissen wurde, genau so muss er sich fühlen. Genauso. Er sagt, okay Bruder, sag, was machen wir? Ich habe gesagt, Bruder, ihr wisst, ich verlasse kaum das Haus. Ich habe psychische Probleme. Ich bin sowieso voll der Psychopath. Egal wann ihr ihn seht, dieser Typ, der gesagt hat, er hat sich das verdient, der Hund, egal wann ihr ihn seht, bring ihn in den Block 17C, in den Keller, ruft mich an und ich bearbeite ihn dann. Die sagen, Bruder, kein Thema. Zwei Tage später, einer von den Jungs ruft mich an, sagt, Bruder, Block 17C, zack, legt auf. Alles klar. Ich bin zu Hause, ich gucke meinen Vater an. Ich weiß noch, was mein Vater an dem Tag zu mir gesagt hat. Er hat gesagt, entweder machst du das oder mache ich das. Irgendwie so hat er zu mir gesagt an dem Tag. Ich war total durcheinander. Ich wusste aber auch, der Adrenalin vom ersten Tag ist nicht so wie der Adrenalin von heute. Man ist ein bisschen runtergekommen. Das heißt, ich kann nicht zu meinem Vater gehen und ihm sagen, was ich jetzt mache. Ich bin zu meinem Vater gegangen, ich habe seine Hand geküsst. Ich habe zu ihm gesagt, alles wird gut. Jeder wird irgendwann seine gerechte Strafe kriegen. Er sagt, Inschallah, mein Sohn. Ich gehe zu meiner Mutter, ich küsse ihre Hand. Ich habe ihr genau das Gleiche gesagt. Sie hat meinen Kopf geküsst. Ich habe sie angeguckt, ich habe ihren Kopf genommen, ich habe ihre Stirn geküsst, ich habe gesagt, es wird alles gut. Es wird alles gut. Und dann bin ich losgegangen. Ich habe meine Schuhe angezogen, bin in den Flur entlang gelaufen, habe den Knopf gedrückt für Fahrstuhl, habe gesagt, ja, Fahrstuhl kommt, Erdgeschoss runter und dann Lauf. Ich habe zwar Adrenalin, mein Herz pumpt, schnell, aber nicht aus Angst, vor Aufregung, ihm endlich das zurückzugeben, was er sich verdient, für die Worte, die er da gesagt hat. Ich komme bei diesem Block an, 17C, ich mache die Tür auf, ich laufe die Treppen runter und ihr müsst euch vorstellen, läufe ich die Treppen runter, ein richtig langer Flur, links geht ein Flur rein, rechts, links, rechts geht überall, gehen Flure rein und ich weiß ja, wo die ihn gepackt haben, wohin die ihn für mich gepackt haben. Wie so ein kleines Labyrinth war das. Ich laufe diesen Flur, geradeaus, gehe den Flur rechts, geradeaus, irgendwo auf der linken Seite, so ein kleiner Raum, ihr kennt diese Abstellräume, Fahrräder und dies und das und so, wo man das alles reintut, aber keiner vom Block bunkert da irgendwelche wichtigen Sachen, keiner lungert da auch irgendwo rum, weil, Jani, da kannst du nichts Hochwertiges bunkern, das ist sofort weg, sofort weg. Wenn die Jungs durch diesen Ritz sehen, da ist irgendwas, was man verkaufen kann, sofort ist die Tür eingebrochen, sofort. Jani, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Ich klopfe, die machen mir die Tür auf, ich gehe rein. Meine Biddys haben diesen Gutschick schon gepackt. Ich habe zu ihnen gesagt, er hat das verdient, ne? Ich gucke so nach links, ich gucke nach rechts, ich sehe irgendwas, was schwer ist. Ich sehe nur noch so einen Riesenhammer, wo der Kopf so richtig breit ist. Ich nehme das und bearbeite ihn. Ich bin auf seinen Kopf raufgegangen. Bam, 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 bam. Bei jedem Schlag denke ich an meinen Bruder, ich denke an die Trauerfeier, ich denke, wie ich seinen Sarg getragen habe, ich habe vor Augen, wie die Sand auf ihn geschüttet haben, ich habe vor Augen, wie wir seine Leiche gewaschen haben. Ich habe alles vor Augen und ich lasse meinen ganzen Frust an ihn raus. Irgendwann sein Gesicht war weg, weg, weg. Wir brauchen uns jetzt auch nicht drüber unterhalten, ob er schwer verletzt war oder nicht. Er war weg. Er war einfach weg. Ich habe zu den Jungs gesagt, ihr könnt los, geht weg hier. Die Jungs waren weg. Ich habe Polizei angerufen. Ich habe gesagt, ich bin im Block 17C. Ich bin im Keller, Raum so und so. Ich habe hier einen Mord begangen. Ich lege auf. Ich rufe meinen Vater an. Ich habe zu ihnen gesagt, ich küsse deine Hand. Ich küsse die Hand von meiner Mama. Ich habe heute Rache genommen. Ich werde wie ein Mann in den Knast gehen. Und ich werde wie ein Mann aus diesem Knast auch wieder rauskommen. Mein Vater hat gesagt, Hammer. Ich habe gesagt, ich muss jetzt auflegen, die Polizei kommt. Aufgelegt. Ich wurde natürlich verurteilt zu lebenslanger Haft. Heute bin ich ein erwachsener Mann. Habe auch zwei Kinder. Meine Familie ist aus diesem Ghetto ausgezogen. Es ist danach nichts mehr passiert. Aber ich stelle mir heute die Frage als erwachsener Mann. Dieser Mann, der damals zugestochen hat. Was ist in dich gefahren? Kleine Kinder streiten sich und du stichst jemanden einfach ab. Ab einem gewissen Alter trägt man eine Verantwortung. Man ist eine Vorbildsfunktion. Wenn du schon so bist, wie soll dann dein Sohn sein? Wenn du schon so ein Hund bist, was soll dein Sohn für ein Hund werden? Sag mal. Wenn du schon so ein Hund bist, was soll aus deinem Sohn werden? Wie sollen deine Kinder denn groß werden? Erzähl mir das mal. Das ist die Sache, die ich mich heute immer wieder frage als Vater. Als Vater stelle ich mir immer wieder die Frage, wenn du schon so bist, und deine Kinder sehen, was für ein Assi du eigentlich bist, wie sollen deine Kinder keine Assis werden? Erklär mir das mal. Da ist es nicht in meinen Kopf reingegangen. Es hätte doch alles anders ablaufen können. Alles. Alles hätte anders ablaufen können. Du Hund bist runter. Komm, du hast gesehen. Dein Sohn hat meinen Sohn geschlagen. Mein Bruder geschlagen. Was ist los mit euch, Jungs? Warum streitet ihr euch? Warum schlägt ihr euch? Ihr seid doch hier alle wie Brüder. Wir wohnen doch hier alle auf engstem Raum. Komm, wir gehen zum Kiosk. Ich kaufe euch hier deine bunte Tüte oder ein Eis. In welchem Film lebst du, dass du einfach Messer ziehst, Familien zerstörst, die Psyche von mir zerstörst, die Psyche meiner Mutter zerstörst, von meinem Vater zerstörst. Unerklärlich. Unerklärlich. Ich bitte euch von Herzen, vor allem die älteren Leute, Jani, wenn Kinder sich streiten, wisst ihr, wie oft das passiert ist in den Ghettos? Kinder streiten sich, beide Elternteile kommen, um das eigentlich zu lösen und die Eltern schlagen sich auch. Was ist das denn? Jani, ihr müsst doch den Streit schlicht, wenn ihr euch auch schlägt, morgen sehen die Kinder sich wieder, übermorgen passiert was Schlimmes. Das Ghetto-Leben ist einfach so. Das Ghetto-Leben ist gefährlich, ja. Aber wenn ihr ein bisschen besser auf eure Kinder aufpasst und denen zeigt, was richtig und was falsch ist, glaubt mir, glaubt mir, glaubt mir, die Probleme werden weniger. Und das möchte ich euch mit meiner Geschichte sagen. Und natürlich hätte es auch nicht dazu kommen müssen, dass ich Rache nehme. Aber er hat meinen kleinen Bruder auf dem Gewissen gehabt. Dann noch diese Worte von ihm. Dann die Tränen meiner Mutter. Dann die Verzweiflung von meinem Vater. Auf einmal war mein Bruder weg. Das ist ein Schmerz. Den kann sich keiner vorstellen, wenn ein Geschwisterteil weg ist. Wenn man Vater verliert, Mutter verliert, ist es auch sehr schlimm. Aber verliere mal deinen Bruder, Gott bewahre, oder verliere mal deine Schwester. Dieses Gefühl wünsche ich nicht mal meinem Feind. In diesem Sinne, meine Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Nehmt was aus der Story mit. Lasst Liebe da in den Kommentaren. Pusht diesen Kanal. Dieser Kanal kann vielen Menschen die Augen öffnen. abonniert ihn und folgt mir, mein Bruder Emilio. Ich küsse eure Herzen. Einen wunderschönen Abend noch. Euer Saeed Ibrahim Ich küsse eure Herzen. Ich küsse eure Herzen. Ich küsse eure Herzen. Vielen Dank.